Die Ringergemeinschaft an den Heer aus Dortmund gegen unseren Dangel Schmidt. Im zweiten Kampf die Königsklasse, 120 Kilo, erster Durchgang im freien Stil für die Ringergemeinschaft an den Heer aus Dortmund. Kaste mir und den Nachnamen merke ich mir noch, mache ich gleich an, 120 Kilo gegen Marco Radas. Kaste mir Wachtin, jetzt haben wir es. 60 Kilo, freier, griechisch, römisch. Hier können keinen Gegner stellen und für die Ringergemeinschaft an den Heer aus Dortmund. Molo, du musst mir helfen bei den Namen, bitte. 60 Kilo, freier, griechisch, römisch im ersten Durchgang. Ulrich Baum, sehr ungewöhnlicher Name, Ulrich Baum und leider keine Gegner, außer er möchte gegen die Tochter vom Horst antreten. Der Horst Gilmann, genau. 66 Kilo, freier Stil. Umut schenig für die Ringergemeinschaft und Grinke gegen unseren Ramsag Ibrahimov. 84 Kilo, freier Stil im ersten Durchgang. Salib Ben Mansour gegen unseren Wilman Wiesaytayev. 74 Kilo, erster Durchgang beendet, wird damit beendet. Zunay Tarskidan gegen unseren Klaus Dörberdeitz. Damit beenden wir dann den ersten Durchgang. Den ersten Durchgang, danach brauchen wir ein paar Minuten Pause, um den zweiten vorzubereiten. Begrüßen möchten wir auch ganz herzlich den Kampfrichter Ömer Attas vom Chaos-Famular-Bestirum. Und übergebe nun an diesen.